Der Jazz. Oft wird davon gesprochen, dass der Jazz über den Ozean zu uns gekommen ist. Doch das stimmt nicht. Der Jazz ist aus dem Ozean zu uns gekommen. Als einem Fischer in einer windstille Nacht die drei Tiefseefische, Thuntrompete, Kabeljauklavier und Dorschtramm ins Netz gingen, ertönte beim Einholen der Netze eine ganz fremde Art von Musik. Die in Atemnot geratenen Fische erzeugten in einem noch nie zuvor angewesenen Zusammenspiel aus Harmonie, Rhythmus und Melodie eine Kakophonie des Unaussprechlichen. Und obwohl der Fischer, der in Angst und Schrecken versetzt war, sofort die Leinen des Netzes gekappt hatte, der Jazz war geboren. Die Büchse der Pandora bzw. der freien Musik war geöffnet worden und ihr Siegeszug nicht mehr aufzuhalten. Von Schiff zu Schiff, von Bordell zu Bordell, von Club zu Club verbreiteten wir Seeleute die Botschaft dieser neuartigen Musik. Sie erzählt von einem tief in unserer Seele sitzenden Drang nach Freiheit, der sich in dieser Musik Gehör verschafft. Wenn Homer in seiner Odyssee vom betörenden Gesang der Sirenen spricht, handelt es sich um Wirklichkeit, um die erste schriftliche Erwähnung des Jazz. Lediglich die im Jazz unverzichtbare Blue Note ist heute noch ein Hinweis auf den maritimen Ursprung der Jazzmusik.